Euro 2024. Traumtor reicht nicht. Schweiz spielt 1 zu 1 gegen Schottland. Ein aufregendes Aufeinandertreffen zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und Schottland endete am Donnerstagabend mit einem hart umkämpften 1 zu 1 unentschieden. Die Partie fand im Rahmen der Gruppenphase der Euro 2024 statt und bot den Fans eine spannende Mischung aus taktischem Schachspiel und atemberaubenden Spielzügen. Ein Blitzstart für die Schweiz. Schon früh in der Partie zeigte die Schweiz, warum sie als einer der heißesten Favoriten auf den Einzug in die K.O.-Runde der EM gehandelt wird. Bereits in der 10. Spielminute gelang dem FC Liverpool-Star Serdan Shaqiri mit einem spektakulären Weitschuss das Führungstor. Shaqiris Schuss aus etwa 25 Metern Entfernung war eine wahre Augenweide. Der Ball flog wie ein Strich in die obere rechte Ecke des Tores und ließ dem schottischen Torwart David Marshall keine Chance. Shaqiri, der bekannt für seine technischen Fähigkeiten und seine Energie ist, zeigte erneut, warum er als einer der Schlüsselspieler der Schweizer Nationalmannschaft gilt. Wir wollten früh ein Zeichen setzen und das ist uns gelungen. Mein Treffer hat das Team gestärkt und wir waren überzeugt, dass wir den Sieg nach Hause bringen, sagte Shaqiri nach dem Spiel. Ein beherzter Kampf der Schotten. Doch die schottische Mannschaft ließ sich von dem frühen Rückstand nicht demoralisieren. Im Gegenteil, das Team von Trainer Steve Clark fand immer besser ins Spiel und setzte die Schweizer Verteidigung unter Druck. Besonders auffällig war Schottlands Mittelfeldspieler Scott McTominay, der mit seiner körperlichen Präsenz und seinem strategischen Geschick für zahlreiche gefährliche Situationen vor dem Schweizer Tor sorgte. In der 38. Minute wurden die Schotten schließlich für ihren Einsatz belohnt. Nach einer Ecke köpfte der Verteidiger Kieran Tierney den Ball wuchtig ins Netz und sorgte damit für den Ausgleich. Die Fans im Stadion waren begeistert, während die Schweiz versuchte, wieder die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die Abwehrreihen beider Mannschaften zeigten eine äußerst solide Leistung und so endete das Spiel mit einem verdienten Unentschieden. Reaktionen und Ausblick. Nach dem Spiel zeigte sich der Schweizer Nationaltrainer Murat Jakin zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, betonte jedoch, dass man weiterhin hart arbeiten müsse. Wir haben gezeigt, dass wir ambitioniert sind und auch gegen starke Gegner bestehen können. Jetzt müssen wir den Fokus auf die nächsten Spiele richten, so Jakin. Auch sein schottischer Kollege Clark lobte die Leistung seines Teams. Es war ein spannendes Match und beide Mannschaften haben großartig gespielt. Wir haben uns gut präsentiert und ich bin stolz auf die Jungs. Mit dem Unentschieden stehen die Chancen der Schweiz, sich für die K.O.-Runde der EM zu qualifizieren, weiterhin gut. Es bleibt spannend, wie sich die weiteren Spiele entwickeln werden. Das nächste Spiel der Schweizer Nationalmannschaft in der Gruppenphase steht bereits in wenigen Tagen gegen Zypern an. Ein Sieg in diesem Match würde die Eidgenossen ihrer Zielsetzung, das Achtelfinale zu erreichen, einen großen Schritt näher bringen. Die Fußballfans können sich auf jeden Fall auf weitere spannende Spiele der Oro 2024 freuen, bei denen sicherlich noch einige Überraschungen und unvergessliche Momente auf sie warten. Autor Anita Farke, Donnerstag Juni 24.